Guten Abend, willkommen zur Tagesschau. Unsere Sendung, Sie haben es bestimmt schon bemerkt, kommt ab heute in neuem Design daher. Was bleibt? Wir schauen auf das Wichtige des Tages und das ist heute folgendes. Schärfere Corona-Massnahmen. Regen fällt vor allem in der Romandie. Und schon wieder ist Gesundheitsminister Anne Berset heute vor die Medien getreten. Das ist Ihr Blick hinter die Schlagzeilen. Guten Abend. Wieder stehen schärfere Corona-Regeln im Raum. Wie soll man da wissen, was künftig gilt? In Ihre Zeit transportieren. Klare Regeln, eindeutige Signale. Es braucht weitere Maßnahmen. Mit dieser Nachricht trat Alain Berset heute vor die Medien. Das ist die Nachhinein-News Signale für eine aktuelle Sendung. Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen. Und das hat es drinnen in dieser frischen Verpackung. Testresultate. Von 15'000 testeten Regeln bremsen die Hitze. Die Augen und die Ohren zu tun, nichts zu tun. Guten Abend. Seit heute Mittag wissen wir, auch in der Schweiz könnte es bald schärfere Corona-Massnahmen geben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017